Manifix für dicke Eier, eine schnelle Leckerei, die ganz einfach geht. Hartgekochte dicke Eier für ein Zernchen geben, dann Manifix für dicke Eier in warme Saarbe rühren und über die dicken Eier gießen. Sag mal, du Luder. Aua. Und dann reinschieben. Fertig. Und dann sofort unter den Tisch. Oh, lecker. Das können wir ruhig mal wieder machen. Wie es geht, zeigen wir euch gerne. Zuschriften bitte mit Bild. Mit Mandy macht das Koch keinen Spaß.